Durch die Health Care App werden im Klinikum verschiedene Prozesse wie beispielsweise das Einspringmanagement schneller und effizienter. Die Health Care App ist eine Software, die letztendlich für die Mitarbeiter als App nutzbar ist auf dem Handy. Wir als Koordinatoren können das als Webseite bei uns auf dem PC nutzen und können das kurzfristige und langfristige Einspringmanagement im Krankenhaus so besser planen und viel Zeit sparen. Wie in jedem Unternehmen gibt es kurzfristige Ausfälle und wir haben im Krankenhaus Mindestgrenzen des Personals, die wir einhalten müssen, um die Patientenversorgung gewährleisten zu können. Dementsprechend müssen wir kurzfristig Dienste nachbesetzen und das ist letztendlich das Einspringmanagement, das obliegt den Stationsleitungen und der PDL, der Pflegedienstleitung. Und ja, wir versuchen unser Bestes, um die Mindestgrenzen aufrechtzuerhalten. Zum einen für uns als Koordinatoren wird es um einiges einfacher und effizienter, Mitarbeiter anzuschreiben beziehungsweise Einspringdienste auszuschreiben. Für die Mitarbeiter wird es zudem um einiges transparenter, weil einzelne Stationen und einzelne Abteilungen eben keine individuellen Dienstangebote ausgeben können, sondern wir können über die App letztendlich allen dasselbe Angebot machen. Die Mitarbeiter geben uns dann ein Angebot auf diesen Dienst und wir können den bestqualifizierten Mitarbeiter dann auf die Station setzen, die ihn braucht.